Ihr werdet von der Polizei während einer Autofahrt rechts rangewunken, zum Stehen gebracht und dann kommt der freundliche Beamte zu eurem Fahrerfenster und es gibt eine allgemeine Verkehrskontrolle. Was sagt ihr im günstigsten Fall dem Beamten, wenn er euch etwas fragt? Darum geht es hier in diesem Video, da gibt es einige Fettnämpfchen, in die ihr treten könnt, in der ihr eure Situation wesentlich verschlechtern könnt und schon da zeigt sich, wer nachher gut verteidigt werden kann und wer Probleme bekommen wird diesbezüglich. Was sagt ihr bei der Verkehrskontrolle im optimalen Fall? Darum geht es in diesem Video, deswegen bleibt dran, wenn euch das interessiert. Gleich kommt der Trailer, danach geht es los. Den Trailer nutzt ihr einfach, um den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken, zu teilen und vielleicht einen Kommentar dazu lassen und wenn euch das zu lange dauert, einfach ein bisschen vorscrollen. Bis gleich! Mein Name ist Christoph Reuter, ich bin Rechtsanwalt bei der Kanzlei Vogt, Rechtsanwalts GmbH. Wir sind Deutschlands größte Verkehrsrechtskanzlei und 25 Mal in Deutschland vertreten, also auch in eurer Nähe. Ich verantworte unsere Standorte in Köln und Koblenz und ein wichtiger Bestandteil unserer Tätigkeit ist die Verteidigung in Verkehrsstrafsachen und in Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. Und darum geht es auch heute. Es geht nämlich um den Fall, wo ihr nicht einfach irgendwo geblitzt werdet, es dann ein Foto gibt und ihr irgendwann aus heiterem Himmel Post bekommt, sondern um den Fall, dass ihr plötzlich von der Polizei einem freundlichen Beamten rechts rangewunken werdet, entweder von einem Polizeiauto, das euch überholt oder von einer Streife, die am Straßenrand steht. Ihr werdet also zum Stehen gebracht, dann kommt ein freundlicher Beamter zu euch ans Fenster und dann ist die Frage, was sage ich und was sage ich besser nicht. Darum geht es hier. Und es gibt viele Möglichkeiten, ins Fettnäpfchen zu treten in dieser Situation. Warum? Es ist grundsätzlich so, dass sich in Ordnungswidrigkeitenverfahren genauso wie in Strafverfahren, da gelten nämlich dieselben Grundregeln prozessual, niemand, dem ein strafrechtlicher oder ordnungswidrigkeitenrechtlicher Vorwurf gemacht wird, sich in irgendeiner Weise selber belasten muss. Das heißt, ein Betroffener im Bußgeldverfahren genauso wie ein Beschuldigter im Strafverfahren muss sich zu dem Vorwurf in keiner Weise äußern. Und wenn er von diesem Schweigerecht Gebrauch macht, der Betroffene oder der Beschuldigte, wenn er von diesem Schweigerecht Gebrauch macht, kann ihm das nicht zum Nachteil gereichen. Niemand muss sich selber belasten, so der Grundsatz, führt automatisch auch zu dem Recht, sich gar nicht zu dem Vorwurf zu äußern. Und das gilt insbesondere auch dann, wenn der Vorwurf noch gar nicht wörtlich und konkretisiert geäußert wurde. Was man grundsätzlich angeben muss gegenüber den Behörden, sind die persönlichen Daten. Das heißt, wenn der freundliche Beamte euch sagt, Fahrzeugpapiere und Führerschein bitte, dann legt ihr ihm das vor. Aber das sind Pflichtangaben, die Angaben zur Person, also Name, Adresse, Geburtsort, Geburtsdatum. Ja, das müsst ihr angeben, steht ja auch soweit alles in eurem Papieren drin. Das wird von den Beamten dann entsprechend aufgenommen. Aber da endet dann auch wirklich eure Mitwirkungspflicht. Mehr müsst ihr nicht sagen. Jetzt gibt es zwei verschiedene Alternativen. Entweder ihr seid euch wirklich absolut keiner Schuld bewusst und das Ganze kommt aus heiterem Himmel und ihr wisst gar nicht, was Sache ist. Dann könnt ihr das grundsätzlich auch so sagen. Mehr aber auch nicht. Ja, vor allem nichts Provokantes, nichts Unfreundliches, ja, nichts Freches. Das kommt halt überhaupt nicht gut und führt dann halt zu Gegenreaktionen, die unangenehm sein können. Es gibt natürlich auch die Alternative und das wird die weit häufigere sein, dass ihr wisst, irgendwas war. Ihr wart was zügig unterwegs. Seid vielleicht was nicht aufgefahren. Seid vielleicht in der Straße unterwegs, in der ihr nicht unterwegs sein dürft, weil dort nur für Anlieger frei ist. Oder ähnliches. Wenn ihr also wisst oder ahnt, dass ihr etwas ausgefressen habt, dann ist es immer besser, wenn ihr euch im Zweifel nicht zu dem Vorwurf äußert. Also, was macht ihr? Der sagt, Führerscheine und Fahrzeugpapiere bitte. Ihr gebt die raus. Wenn der Beamte euch in irgendeiner Weise fragt, was ihr denn da gerade gemacht habt, dann ist äußerste Zurückhaltung gefragt. Die Fragen werden schon mal ganz geschickt gestellt von den Beamten. Da wird nicht immer mit der Tür ins Haus gefallen und gesagt, da waren sie aber schnell unterwegs oder so etwas in der Richtung. Sie haben es aber eilig. Da wird zum Beispiel gerne auch mal gefragt von den Beamten, können sie sich vorstellen, warum wir sie angehalten haben? Das ist eine Fangfrage. Denn wenn ihr da drauf antwortet, zum Beispiel, ja, ich war zu schnell unterwegs und das wird vom Beamten protokolliert, dann kann es sein, dass euch später im Bußgeldverfahren vorgeworfen wird, dass ihr vorsätzlich zu schnell gefahren seid. Und das verdoppelt mal eben so locker das Bußgeld. Denn die Bußgeldregelsätze, die im Bußgeldkatalog drinstehen, gelten ja nur für fahrlässige Begehungsweise, nicht aber für vorsätzliche. Wenn ihr also direkt sagt dem Beamten, ich weiß, dass ich zu schnell war, ich weiß, dass ich zu dicht aufgefahren bin, ich weiß, dass ich gedrängelt habe, dann protokolliert er das möglicherweise und ihr habt direkt den Vorwurf wegen Vorsatzes anstatt wegen einfacher Fahrlässigkeit. Wenn ihr aber antwortet auf so eine Frage, wie können sie sich vorstellen, warum wir sie angehalten haben, wenn ihr dann antwortet, tut mir leid, ich mache nur Angaben zu meiner Person, dann kann euch gar nichts da hinein interpretiert werden. Ja, das ist auch, wenn man es freundlich vorbringt, wirklich die unverfänglichste Antwortalternative, die es so gibt. Ja, da kann euch kein Anstrick draus drehen, das kann auch nicht negativ ausgelegt werden oder als Frechheit. Ja, das ist das Sicherste und ermöglicht später, wenn ihr einen Verteidiger hinzuzieht, alle, lässt das alle Alternativen der Verteidigung offen, als wenn ihr schon irgendetwas sagt, irgendwas auf Teufel kommers bestreitet oder zugebt oder ähnliches. Also, was sagt ihr bei einer Verkehrskontrolle, dem Polizeibeamten, wenn es darum geht, dass euch ein Vorwurf zu irgendwas gemacht wird und ihr ahnt schon, dass ihr da gegebenenfalls was ausgefressen habt, ihr sagt, tut mir leid, ich mache hier und jetzt nur Angaben zu meiner Person. Punkt. Ja, dann wird der Polizeibeamte auch von euch ablassen, denn der weiß ganz genau, dass kein Anspruch darauf besteht, dass ihr zu irgendeinem Vorwurf Stellung nehmt. Ja, das zu dem Thema bei Polizeikontrollen, höflich, freundlich, sachlich, nicht provokant, nicht frech, das müsste ja eigentlich selbstverständlich sein und wenn es um eine Einlassung zur Sache oder zu einem konkreten Vorwurf geht, dann ganz freundlich sagen, tut mir leid, ich nehme nur Stellung und mache nur Angaben zu meiner Person. Punkt. Ich wünsche uns allen, dass das natürlich möglichst selten passiert. Wir sind ja auch ruhige Fahrer, deswegen ist das mit Sicherheit nicht an der Tagesordnung. Wenn ihr dennoch Probleme bekommen solltet, stehen wir gerne zur Verfügung. Ich habe einen Link zu unserem Bußgeldrechner in den Shownotes untergebracht, da könnt ihr euch angucken, für welchen Vorwurf welche Bußgelder blühen, aber eben nur der Regelsatz im Falle der einfachen Fahrlässigkeit. Und wenn es hart auf hart kommen sollte, ihr einen unangenehmen Anhörungsbogen oder Bußgeldbescheid bekommen solltet, kommt auf uns zu, wir helfen weiter. Ein Telefongespräch ist immer erstmal kostenlos. Es kostet erst etwas, wenn wir es vorher sagen. Vielleicht besteht ja auch eine Rechtsschutzdeckung bei euch, dann klären wir natürlich auch alles mit der Rechtsschutzversicherung, was die bezahlt und was nicht. Darüber habe ich zuletzt ebenfalls ein Video gemacht, das ich euch entsprechend verlinke. Im Übrigen wünsche ich uns natürlich alle eine gute Fahrt. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.